Liebe Martina, lieber Christian, heute besiegelt ihr beide eure Liebe zueinander. Ihr gebt vor eurer Familie und euren Freunden den Wunsch zum Ausdruck, dass ihr gemeinsam durchs Leben, durch all seine Höhen und Tiefen gehen wollt. Denn wie sagte schon Albert Schweitzer, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. An diesem besonderen Tag gebe ich dir, Christian, für all unseren lieben Gästen das Versprechen, der immer zur Seite zu stehen, in Gesundheit und Krankheit, in Freude und in Trauer, in guten und in schlechten Zeiten. Martina, ich liebe dich. Lass uns respektvoll miteinander umgehen an jedem Tag unseres Lebens. Ich verspreche, dich bedingungslos zu lieben, dich zu trösten, wenn du Trost brauchst und dich zu ermutigen, damit du deine Ziele erreichst. Ich verspreche dir die Treue, ich will dich lieben, achten und ehren an allen Tagen meines Lebens. Ich werde mit dir lachen und weinen, gemeinsam mit dir wachsen, immer ehrlich zu dir sein und dich schätzen, solange ich liebe. Ich frage dich hiermit, ob du meine Welt mit mir teilen möchtest, in guten und in schlechten Zeiten. Als ich euch beide das erste Mal sah und die Freude hatte, euch kennenlernen zu dürfen, spürte ich schon damals ein ganz starkes Band zwischen euch. Das Band der aufrichtigen und großen Liebe. Der Zufall, aber auch das Schicksal wollte es, dass ihr euch gefunden habt. Der Ring ist ein Symbol der Unendlichkeit. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und genauso unendlich soll eure Liebe sein. Mit diesen Ringen besiegelt ihr nun beim Ringtausch eure Liebe und Verbundenheit. Das ist ein Symbol der Einstieg, ich bin ein aestheticsemlles. Das war das Schicksal ist ein sehr, das soll er klauen. Ich habe mich vom Ringtausch eintschlag. Und das ist ein sehr, das ist ein sehr, das ist ein sehr, das ist ein sehr besonderer Geistes. Also, wir sehen uns beim Ringtausch eintschlag. Dann bei dir ich kimi, das ist ein sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020